Was ist denn das Besondere an der GIZIAL? Das Besondere an der GIZIAL ist die Vereinigung, die Versammlung von ganz vielen Ausstellern im Gesundheitsbereich und es ist auch die Atmosphäre hier am Kongress am Park, in einer bestimmten überschaubaren Größe, wo gute Gespräche möglich sind. Was spricht denn für einen Ausbildungsberuf im Gesundheits- und Sozialbereich? Für einen Ausbildungsberuf im Gesundheits- und Sozialbereich spricht insbesondere, dass ganz, ganz gute Zukunftsperspektiven da sind und es ist eine sehr sinnhafte Aufgabe, wo man mit Menschen arbeiten kann, wo man eine große Erfüllung und Zufriedenheit in seinem Arbeitsleben erfahren kann.